Es ist halt leider ein bisschen unfortunate, dass es in der Stadt so heftige Performance-Einbrüche gibt, weil dort halt extrem viel Raytracing der Fall ist, glaube ich. Weil das Licht sehr viel abbouncen kann, etc. pp. So, dann müssen wir hier in die Richtung gehen. Und dann noch zusätzlich natürlich die ganzen NPCs, die rumlaufen und die wir unboxen können. Äh, wir haben noch einen Schneider. Eine hervorragende Entdeckung. Ja, finde ich auch. So. Aha. Hier geht's lang. Unboxen. Unboxen leider nicht. An. A-N. Unboxen. Wir unboxen einfach die NPCs. Mal so einen Magen hier. Mal so einen Darm da. Einen Herz. Ja, also ich habe alles eingekauft, was ich brauche. Definitiv. Auf sieh! Ich habe doch jetzt neue Sachen hier. Okay. 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 Der hat Flammen, Deutsche. Wie geil ist der denn? Einfach abgeschlagen mit ihm. Hä? Wie cool ist das denn? Ja, war easy, ne? Also fand ich halt auch so. Hallo, wer bist du? Okay. 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 Spezialisierung Logistiker. Der ist Level 10. Ja, ich habe keine 68, äh, Erdinger da. Sorry. Sorry. Kann ich leider nicht annehmen. Also meine Vasallen packen schon genug aus, ne? Also das ist halt heftig. Die rennen hier überall rum und stecken einfach alles in ihre Taschen, was die finden können. Was sehr geil ist. Ja, 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 ja. Wir sollten uns was ansehen. Was ist denn das? Hä? Oh, oh, oh. Ja. Ähm. Wade. Wade. Bestimmt. Ja. Safe. Safe. Ja. Gar kein Ding. Kommt mal hier. Get on my level. Hallo. Und einmal Weintrauben. Und nochmal was. Huch. Wer bist du denn? Erzählt euch. Why? Was denn los? Sie sind nicht falsch zu klauen, um uns zu überleben. Aber irgendwie das Gefühl, hier oben sind so ein paar von diesen anderen. Oh, was haben wir hier? So, nee. Das sah irgendwie nur so wie so ein Symbol aus. Ich hab das Gefühl, hier sind Harpien. Hallo. Hallo. Au. 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 Lassen Sie mich. Nein. Ich schlafe. Oh mein Gott. Ich bin am Schlafen. Wo sind meine? Wo sind meine Vasallen? Wo sind meine Vasallen? Wo sind meine Vasallen? Wo sind sie? Ich. Nein. What the hell? Why? Ah, schön. Schönes Spiel. Schönes Spiel. Okay, dann sind wir nochmal hier. Warte, können wir dann von der anderen Seite da rein? Damit ich meine Leute vielleicht einfach mitnehmen kann? Deswegen so ein Bus mitten innen. Schau mal. Was ist denn da? Ich kann es nicht nachschauen. Ja, ja. Let's go. Nochmal hier rein. Ah, guck mal. Natürlich habe ich das übersehen. So, jetzt sind meine Vasallen, aber zumindest mal bei mir. Zack. Mitnehmen. Nochmal. So. Dann sollte ich schon mal das da casten. So. Jetzt haben wir einen Schutz. Wo sind denn die? Hallo. Weg damit. Ja, kommt doch mal hoch. Ja, kommst du mal. Borden. Ist jetzt gut, ne? Ei, 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 ja. Hallo. Schieß die mal ab. Jetzt, was geht denn mit euch, ey? Au, 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 au. Auch hier, auch hier. So. Zack, 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 zack. Schneller, schneller. Schneller, 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 schneller. Oh, die Humpi ist, glaube ich, dead. Was sind, was sind denn meine, was sind denn meine Mates hier? Okay. Zack. Bam, boom, bam. Oh, mein Gott. Wiederschutz, Carsten. Wiederschutz, Carsten. Carsten, schneller. Danke. Linderung, Carsten. Schneller, Carsten. Danke. Wollen wir nochmal eine Linderung hier? Ja, 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 ja. Habt ihr die jetzt? Oder sind da immer noch welche? Dankeschön. Ring der Bewusstheit. Den können wir doch auch noch anziehen. Vielleicht, dass der Schlafwert des Trägers weniger ansteigt. Oh, ja. Direkt ran, hier. Ich will nicht mal schlafen. Warum habt ihr eigentlich keine Gesundheit abge... Achso, ihr habt keine Gesundheit abgezahlt. Ja, Bo. Danke, dass du jetzt dazu kommst. So, ist sie... Ist sie eine... Ist sie eine Truse jetzt eigentlich gestorben, oder was? Da war doch noch eine. Oder ist sie jetzt runtergerannt? Kann auch sein, dass die runtergerannt ist. Hier haben wir noch eine Kiste. Na? So, hier ist nichts mehr. Hallo? Hier ist auch noch eine Kiste. Vulkanische Melodie. Ich finde so viele Bücher. Wenn ich das alles zaubern dürfte, wäre geil. So. Aha. Ja. Schön. Was? Bianca? Hallo, Bianca. Lari... Äh... Lazarus... Äh... Lazarus Steinsplitter... Ähm... Ich kann den anheuern? Und gegen wen? Gegen Borden kann ich den mal eintauschen, ne? Ja. Let's go. Ja, Borden braucht aber nichts, weil Borden ist halt einfach, äh... Borden ist halt einfach... Borden ist halt einfach... Hallo? Borden ist von Capcom. Was ist mit euch? Was ist mit euch? Ähm... Ähm... Okay... Wo... Ist da einer? Wo liegt der? Ah, hier. Kann ich den denn... Ich hielt dich. Äh... Ich hab keinen solchen Stein. Leider noch nicht. Also keinen vollständigen. Ja, sorry. Da müsst ihr leider damit leben, dass der jetzt tot ist. I am sorry. Nächstes Mal. Geht gut. Ähm, ähm, ähm. So, wir müssen noch weiter in die Richtung hier. Äh, da ist ein Feuer. Hallo? Wo? Ach. Okay, also wir haben schon mal hier ein Lager. Sehr schön. Dann machen wir hier mal. Jawohl. Ein bisschen Bäschenhaut mitnehmen. Sehr schön. Und noch 150 Gold. Was haben wir hier? Hier haben wir noch ein paar Goblins. Oder Kobolde. Let's go. Einmal Schutz. So, dann einmal Eisbocken. Und weg mit dem Boy. Oh, ho, 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 schön. Holy moly. Nice. Jetzt so langsam. Ähm, hallo? Hallihallo. Ja, let's go. Auf ihn drauf. Äh. Warum nicht? Taggern einmal. Zack. Dann machen wir einmal Brand. Und zack, 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 zack. Setz ihn mal in Brand hier. Und dann ein bisschen Eisbrocken. Zack. Sehr schön, sehr schön. Brand, 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 brand. Brenne. Oh, Jörg, 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 Jörg. Ja, kill dich mal ein bisschen. Eis, 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 Eis. Oder nützt das gar nichts, gegen den Eis einzusetzen? Kann das sein? Ja, ich hab das Gefühl, es nützt nichts so wirklich, was gegen den Eis einzusetzen. Oh, Feuer ist sehr effektiv. Dann verbrennen wir den die ganze Zeit. Oh, Ersam brennen. Und dann vielleicht jetzt ein bisschen Eis? Oh, das hat doch, das hat doch schon einiges an Damage gemacht. Oh no, Bo. Lass mich einmal kurz fertig casten, Bo. Komm mal hierher. Bo, hiel dich. Hiel dich, mein guter. Ja, genau so. Ich glaube, die sind so smart und stellen sich auch einfach in den Heal rein. Was sind denn das für geile Vasallen, ey? Holy. Nice. Weiter verbrennen. Weiter verbrennen. Brenne. Was macht der? Was ist das? Okay. Ins Gesicht. Hat er sehr wehgetan? Ich glaub, der hat noch ne zweite HP war. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, aber... Könnte ja gut sein, dass er noch ne zweite HP war hat. Äh, ich mach mal hier nochmal hier. Ja, der hat noch ne zweite HP, ja. Aber das macht nix. Weg mit ihm, weg mit ihm. Komm schon. Ja. Sehr schön. Einmal immer um ihn rumzirkeln. Gegen so große Gegner, muss ich auch ganz ehrlich sagen, macht das deutlich mehr Sinn, einen Magier zu haben. Also, schön, 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 schön. Ja, schön, noch einmal von vorne. Da rein, da. Äh, ich hab keinen... Ich hab keinen Ausdauer mehr. Okay. Sehr schön. So. Ja, du musst mal ein bisschen Ausdauer sammeln. Und dann nochmal ein bisschen casten. Ah, komm schon, komm schon. Nice. Einfach abgebrochen hab ich ihn, glaub ich. Ach! Brenne wieder! Brenne! Brenne! Okay, einmal kurz ein bisschen Ausdauer sammeln. Nice. Nice. Wir haben ihn besiegt. Geil. Und einfach den groben Knochen... Oh Gott. Die ist heftig, die Keule. Die ist wirklich sehr heftig. So. Sehr schön. Das war ja... Das war ja ehrlich... Das war ja ehrlich gar nicht so ein Problem, ne? Kommt mal zu mir. Geht euch mal. Ja, perfekt. Ey, wir haben auch gar nicht so... Also, die haben auch wirklich... Echt wenig HP verloren. Schön. Ja, fand ich auch ziemlich nice, ey. Und ich auch ziemlich nice. So, langsam hab ich auch wirklich die... Die Steuerung und alles... Nice. Schön abklatschen. Jawoll. Die Steuerung und alles hab ich jetzt mittlerweile so ein bisschen raus. Kann ich das auch noch einsammeln? Danke. Nice. Hier ist ein Karren. Ach, der wurde... Der wurde gemobbt. Der wurde wirklich gemobbt, wurde der. Hallo? Hallo? Ich halte doch nichts aus. Warum lassen... Warum lassen die mich so im Schittich? Oh, geht die ganze Zeit hin und macht da irgendwie... Die extrem lustige Dinger, ne? Die gehen echt in das Heilfeld rein, ne? Geil. Oh Gott. Was du verpasst hast. Ähm. Ja. Du hast verpasst... Äh. Einen großen Drachen. Ähm. Ein bisschen was an Story. Also, weswegen Drache und weswegen wir. Und wie das Ganze angefangen hat. Aber ansonsten eigentlich nicht wirklich viel. Also, wir sind noch nicht so viel weit. Wir sind jetzt... Wir waren jetzt in zwei Städten, glaube ich. Ja. Wir waren einmal... Hier unten. Oh Gott. Halt. 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 Stopp. Äh. Ah, nee. Hier oben. Genau. Wir waren hier einmal hier oben. Genau. Und sind dann mit dem Karren anscheinend hier so runtergefahren, glaube ich. Hier in die Stadt. Und... Äh. Machen jetzt hier so ein paar Quests. Also, wir sind schon ein klein wenig rumgekommen. Würde ich behaupten. Was haben wir hier? Ich wette, hier gibt es etwas zu entdecken. Äh. Hallo? Äh. Was bist du denn für ein Ding? Äh. Da ist ja noch eins. Weg damit. Ich glaube, da hilft halt... Quasi eher Magie dagegen, ne? Okay. Das waren grüne Schleime. Ah. Guck mal. Hier liegt noch ein Kahn. Guck mal. Aha. Ist denn hier noch... Äh. Äh. Hallo? Ähm. Ich glaube, die sind noch zu stark, oder? Oh mein Gott. Ich glaube, ihr... Jetzt ist... Äh. Das... Das eher weniger. Oh. Nice. Oder vielleicht doch nicht. Jed. Jedet. Jedet. Und verbrenne es. Und dann jedet again. Oh mein Gott. Geil. Okay. Okay. Ich muss ehrlich sagen, ich fang an, den... Das Kampfsystem zu lieben. Holy. Wenn man das mal raus hat. Und so ein, zwei Spells hat. Hallihallo. Hallöchen. Mal so ein bisschen casten kann. Und das einfach so ein bisschen raus hat. Aber du hast ja gar keinen. Also, wenn du alleine bist, ne? Da würde ich jetzt nicht. Und so. Oh. Haben die den Schwanz abgeschlagen? Wie cool. Nice. Ich glaube, da geht's rein, ne? Ach ja. Ne. Also, ich fang an, das Kampfsystem zu mögen, ey. Das ist... Er braucht nur ein paar Spells. Und, ähm... Man muss halt wissen, so ein bisschen Vasallen-mäßig ist es echt cool. Ich glaube... Diese Ausrufezeichen sind Ausrufezeichen von meinen Vasallen, die sagen, hier ist was. Kann das sein? Irgendwie... Ist hier sehr dunkel. Au-a. Linderung, Linderung, Linderung. Und dann den hier. Zack. Weg mit dir. Echsen-Schuppe. Und weg mit euch. Ich glaube, das war... Das war es am effektivsten, ne? Weil es die halt einfach in die Luft sendet und dann aufschlagen lässt. Und die sind erstmal genockt. Oh, äh, ja. Ich sammle mal ein, Jungs. Ihr macht das hier, ne? Ja, ja. Gar kein Problem. Bam. Sehr schön. So, sammeln wir mal die Sachen hier ein. Ganz viele Echsen-Schuppen. Nice. Packen das damit. Ich wollte gerade sagen, kann ich das unendlich? Ne. Das wäre ja mies. So. Mal hier immer noch so ein bisschen Heilung. Für them boys. Sollen wir hier noch so? Ach, wir sind schon fast da. Hallihallo. Oh, no. Weg mit euch. Das hast du was gebracht? Ne, ne? Oh Gott. Oh, nur Hunde jetzt. Äh, das mies. Das mies. Das ernsthaft mies. Fucking hell. Ich muss casten. Ich muss casten. Ich muss casten. Danke. So. Erstmal ein bisschen... Erstmal ein bisschen... So. Schnell zaubern. Nice. Weg damit. Nice. Hab' ihr denn alle dead? Ja, ich denke schon. Oh, Rang 4. Nice. Komm mal hier. Oh. Kann er mal hier rein? So, langsam müssen wir wahrscheinlich mal einen Camp finden oder so. Du hast die Höhle der Kobolde gefunden. Okay. Ja, ich gehe schwer davon aus... Ja, da können wir noch reingehen, ne? Da können wir noch reingehen. Ja, geht ihm mal vor. Bitte. Danke. Vorher ich jetzt hier wieder... äh... ableben muss, ey. Auch Jörg verwässert. Nice. Ah, haha. Jörg. Da ist Heelfeld. Ja. Na, komm. Noch ein Heelfeld. So, perfekt. Hier die ich mal. Ein guter. Kann ich das dagegen werfen? Okay. Huch. Nice. Silberernst. Hier sind doch bestimmt noch ein paar. Seid ihr? Hallo? Huch. Wie weit ist das hingeflogen? Irgendwie... Ich habe das Gefühl... Ja, bleibt immer hier drin stehen. So, jetzt... Geh mir hier auch mal ein bisschen rein, ey. Kann nicht sein, dass alles unsere... Was sein hier machen müssen. Okay. Die alles mitgenommen? Bleibt mal auf jeden Fall ein bisschen bei mir. Nice. Hier sind einige zerstörte Karawanen. Die kann man mitnehmen. Oh, hier... Oh, ich habe verweckte Zweige bekommen. Damit kann man Ausrüstung upgraden. Und ein Zweihänder. Kann denn... Kann denn... Jörg einen Zweihänder tragen? Wahrscheinlich. Jetzt ist nur die Frage... Aber ich würde ihn wahrscheinlich eher Bianca geben. Wenn ich den geben kann. Der kann ihn aber nicht ausrüsten. Jörg kann ihn aber auch nicht ausrüsten. Warum kann... Wut? Warum kann Jörg den nicht ausrüsten? Hä? Was genau da dran lässt ihn denn nicht ausrüsten? Ich verstehe das nicht so ganz. Muss ich erst... Ach, warte mal. Maybe... Warte, ich gebe dir mal nochmal darüber. Maybe muss ich das erst entfernen. Das ist natürlich auch... Mann, ist ja natürlich schon cool, wenn man anderen dann so Gegenstände geben kann. Aber das will ich halt eigentlich nicht, ne? So. Warum sollte ich das wollen? Kann ich das jetzt ausrüsten? Nein. Gut. Nicht warum. Ich weiß halt gerne, warum... Warum ich das da nicht ausrüsten kann. Ach so. Da ist so ein Zeichen dabei. Das bin ich nicht. Ah. Deswegen kann man das nicht ausrüsten. Okay. Auch ein paar neue Sachen. Okay. Könnten wir nochmal neue Sachen kombinieren. Kriegen wir hier raus. Große Menge... Große Menge an Gesundheit. Let's go. Oh, was kann man damit machen? Kombinieren wir das mal. Mächtiges Rohrband. Okay. Oh, was kann man damit machen? Edles... Kann man da... ...stellt eine erstaunliche Menge an Gesundheit und Ausdauer wieder her. Und Ausdauer wieder her. Ja gut, okay. Das ist beides dasselbe. Und damit... ...Pill auf der Haut entfernt. Und die Schwächung durch... ...Bank zu heilen. Okay. Ja, wir stellen mal alles her. Warum nicht? Jeden Trank einmal herstellen. Alles was consumable ist, einmal herstellen. Und dann gehen wir hier hin und geben das Bianca. Und das da genauso. Ich glaube, dann wird das wieder alles zurückgegeben. An mich. Wenn wir den halt wieder weg machen, den wir seien. Das ist ganz okay. Auch extrem viel Stuff wieder dabei. Müssen wir... Müssen wir wieder... Müssen wir wieder loswerden hier. So. Was haben wir hier noch? War das jetzt... ...die Höhle? Da links ging's noch lang, ne? Hm... Da würde ich noch einmal zurück wollen. Und da würde ich noch einmal lang gehen wollen. Ich hätte es auch noch dazu mitnehmen. Hier geht's noch weiter rein. Hallo. Felsbrocken? Bewegen wir, wenn wir zusammenarbeiten? Geben wir mal Schutz. Was für ein Felsbrocken? Ach, den da? Na, warte mal. Kann ich da hin? Au. Weg hier. Ah, hier, hier Felsbrocken. Kann ich da... Okay. Ah, okay. Okay. Okay, naja. Ich war so stark, ich hab einfach mal einen Felsbrocken da rausgerissen. Auch kein Problem, oder? Hallo. Okay. Zack. 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 Ah, jetzt einmal noch ein Linderung, Carsten. Ah, jetzt einmal noch ein Linderung, Carsten. Ah, 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 ah. Au. Ah. Was war das denn? Wo kam der denn her? Wo kam der denn plötzlich her? Gott, wo ist das gespeichert? Na, okay. Okay, wieder hier. Okay. Lust, Leiste. Wenn du Schaden nimmst, verbleibst du, sondern auch maximale Gesundheit. Ja, 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 ich weiß. Ja. Hallo? Lass mich doch zaubern. Ja, danke. Ach, Mann. So. So. So, den hier weg. Ein, Körbe, Null, Hilfe über eine Stelle, an die Sie gefallen sind, rühren. Wenn du deinen Basal über längere Zeit in unbewege... Okay. Okay. So, weg, 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 weg mit dem. Okay, 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 okay. Wiederbeleben, wiederbeleben. Okay, ich muss... Okay, so. Ja, 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 ja. Okay, okay. Puh. Ah, ja, ja. Das war gerade eben nicht so heftig. Nein. Na. Ich will hier hoch. Ich will das da wieder einsammeln. Okay, wir müssen auf jeden Fall wieder eine Runde schlafen. Kommt mal alle hier rein. Geht euch mal ein bisschen. Sehr schön. Was haben wir hier? Sonst haben wir hier nichts mehr? Ja, wie es aussieht. Das sind alles Männer, ja. Das ist wahr. Das sind alles Männer. Ja. Dann kommt doch mal hinterher. Dann kommt doch mal hinterher. Ich mit dem... Einmal kurz... Oh, ist hier. So. So. Und zack. Zack. Sehr schön, sehr schön. Wo ist unser Bo? Ah, da. Der auch endlich mal ran. Nice. Sag mal, Ring der Abkühlung. Ähm. Was macht der? Äh. Verringert durch Feuerangriffe erlittenen Schaden. Ja, na gut. Okay. Hm. Gerade im Moment, glaube ich... Braucht das ein... Also... Kann ich was Keimen geben? Äh. Hallo? Einsammeln. Sammeln. Einsammeln. Das ist ne sehr... Äh... Große Höhle. Dammit. Ich müsste mal... Ich müsste echt mal rasten oder so. 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 Perfekt. Den hier. Ich komme ja nicht hoch, wenn ich zauere. So. Muss irgendwie ich die wieder alle einsammeln. Warum... Sammeln die die jetzt nicht mehr ein? Äh. Hallo. Einsammeln. Zack. Waldläufer-Beinkleider. Oh. Das sieht irgendwie sehr instabil aus. Aber naja, anscheinend hält's. Jawohl. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Auch noch hier irgendwo ein Lager oder so? Oh. Seltener Material. Was? Wo? God damn it. Sag doch nicht seltene Materialien und zeig mir nicht wo. Hier? Nee. Doch hier. Da. Gut. Äh... Nee, noch weiter oben. Weiter oben für Seiten der Materialien. Was ist hier? Geht's wieder nach oben? Hier oben. Hier oben. Hier oben waren wir schon. Jetzt noch zum Einsammeln. Dann wieder zurück. Hä? Verbrechen wir den noch ein bisschen. So, das heißt, das müsste ja dann... Nee. Ich weiß nicht, wie man da noch weiter hochkommt. Also, wir haben jetzt noch Rundheilsoptionen. Und das war's, glaube ich. Warum schweb ich nach oben? Aha. Aber... So, Truhe. Geil. Oh, Magierstab. Kann ich nicht anziehen, weil der, glaube ich, für Erzmagier ist. Bringe Magierstab und Großschwert zur Gilde. Magierstab und Großschwert. Großschwert. Oh, hey, da war Großschwert. Hatten wir da jetzt keins. Maybe noch hier in die Richtung. Gehen wir mal da wieder zurück. Jetzt bin ich gespannt. Ja, keine Ausdauer mehr. Gehen wir noch einmal hier lang. Oh, öffnen von verschlossenen Türen. Erinnere Türen, mit denen interagiert werden kann, die aber nicht durch Schlüsse oder Mechanismen zu öffnen sind. Und das kann ja bloß eine bloß eine Frage des Timings sein und solche Türen öffnen sich zu einer bestimmten Tageszeit oder sobald du an einen bestimmten Punkt in der Geschichte gelangst. Merke dir alle interessanten Türen, die du aufstößt und versuche, sie später erneut aufzusuchen. Was? Okay. Keep your secrets. Ansonsten... Da war noch was, oder? War da jetzt noch was? Da ist so ein Ausrufezeichen. Der hier noch was klappt. Ja, dann bringen wir den noch mal ins Rollen. So funktioniert das. Okay. Okay. Nice. Das ist cool. Gut. Jetzt können wir aber, glaube ich, reisen, oder? Äh, so. Karte. Wenn ich jetzt hier sage, wir wollen hier wieder zurück. Da kann ich nichts mehr machen. Cursor-Sprung. Cursor-Sprung. Frags-Liste. Wait. Ah, kann das sein, dass ich nur... Ich kann natürlich nur an so Steinen wahrscheinlich, ne? Ich kann wahrscheinlich nur an so Steinen randspringen. Ja, da müssen wir wirklich den kompletten Weg wieder aus der Mine raus. Okay. Dann laufen wir hier einmal raus. 2-200 Gold mitnehmen. Sehr schön. Einmal normal gehen. Und es ist dunkel. Dies erfreut mich, ja. Äh, kann ich jetzt vielleicht springen? Nee. Okay. Hm. Wo ist... Bräuchte jetzt ein Lager. Richtig da hoch? Weiß ich gar nicht. Ähm, okay. Könnt ihr auch... Oh mein Gott. Was ist das jetzt? Das ist jetzt Mages? Was ist das denn? Oh mein Gott. Weg mit dem... Oh Gott. Ja, 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 ja. Level 11. Sehr schön. Aber ich will einfach nur... ein Lager. Oh mein Gott. Ja, das ist natürlich mies. Kommen wir jetzt, glaube ich, die ganze Zeit über, ne? Äh, ich bin... Ich bin... Ich bin dead. Bin ich dead? Aha! Oh mein Gott. Eieieieieiei. Eieieiei. Nee, hör doch auf damit. Warum immer auf mich? Fahre auf mich. Alteisen? Was lassen die denn droppen? Kann ich jetzt einfach ein Lager bekommen? Das wäre am allercoolsten. Was ist das? Äh, okay. Ähm, wer bist du denn? Äh, ich bin dead. Ähm, ja, wir bräuchten halt dringend irgendwie etwas, wo wir vielleicht, ähm, so ein bisschen und so, äh, 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 rasten könnten und so, ne? Ja. Das wäre geil. So. Ah, shit. Ist hier ein Lager? Ja, hier ist ein Lager. Hi. Äh, kann ich dich ansprechen? Hallo? Oh, nice. Hi. Wer bist du denn? Äh. Aufgetragenes, relevantes Wissen. Ja, nehmen wir die doch mit. Äh, dafür entfernen wir, äh, dafür entfernen wir, äh, dafür entfernen wir, ach, wir können nur Bo entfernen. Ach so, wir können Bianca oder wir können Bo entfernen? Äh, ja, dann entfernen wir Bianca. Let's go. Äh, äh, was geben wir dem Guten mit? Äh, einen schönen Apfel. Zack. Du kriegst einen Apfel. Ja. Ist mir auch eine Ehre. Schließlich Level 11. Schon mal ganz geil. Ein Haufen. Oh, warum? Was ist jetzt mit euch los? Wollt ihr jetzt fighten? Ey, ist das hinter mir? Ganz, ka- Hallo? Du willst das wohl nicht anders. Gut, das ist aber unnötig wie sonst was. Oh, ich nehme mal das Gold. Nice. Schöne Kombi. Oh, die haben alle Gold dabei. Äh, hier irgendwie rein. Ja, hier gibt es noch was zu entdecken. Wenn man hier reinkommen würde. Ah, warte mal. Äh, ich kann hier noch ein bisschen Zeug aufsammeln. So, dann nehmen wir den hier. Jetzt nehme ich mal kurz durch. Und dann... Nee. Nicht. Nee. Hä? Aber das... Nope. Okay. Äh, vielleicht können wir von oben reinklettern. Okay. Okay. Nee, das war nix. Ja, komm schon. Mal auf damit. Jawoll. Ähm. Ich jetzt hier nicht mal rauskomme, ne? Schieb doch einfach den... Schieb doch einfach weg. Ähm. Junge. Okay. Gott sei Dank hat das funktioniert, ey. Lager aufschlagen. Also, wenn der Weg, der eine Lagerausstattung zur Hand hat, kann sein Zelt, äh, Zelt bei den überallsten, ist ja in der Fitness aufgeschlagen. Über im Gasthaus stellt es aus, wo im Lager die Gesundheit ausdauern, Verlustleistung der Gruppe wieder her. Abenteuer, die in der Stadt zurückkehren, sollten eine Lagerausstattung im Gepäck haben, damit Schöpfung nicht überwältigt. Jawoll. Äh, Gelegenheit Fisch zu kriegen, was beim Verzehr bestimmte Werte erhöht. Besser die Qualität des Fisch, desto größer der Anstieg, den du erwartest. Äh, wäre es klug, Gegner näher zu eliminieren. Es ist nichts zu tun, erhöht nur die Chance auf einen Hinterhalt, während deine Gruppe am verwundbarsten ist. Okay. Fertigkeiten ausstatten, ohne Lager aufzuschlagen. Ne, wir schlagen den Lager auf. Yes. Let's go. Ein Lager aufgeschlagen.